schon wieder so schön windig hier ich stehe jetzt mal wieder hier und warte auf die fähre zurück nach rostock irgendwie dachte ich die würde um 22 uhr fahren aber jetzt habe ich gesehen dass sie erst um 22 uhr 30 fährt was heißt ich habe jetzt noch eineinhalb stunden zeit die ich aber auch nicht im auto verbringen kann weil es dann ja wieder anfängt rumzupiepsen also gestern habe ich dann nicht mehr weiter gefilmt da war ich auch einfach nur noch super müde und auch gestresst war als wir dann von der fähre runtergefahren sind konnte ich auch erst mal das auto nicht öffnen weil in der wurde der standort des autos irgendwo auf mehr angezeigt und man kann das auto nur öffnen wenn man nicht weiter als 500 meter entfernt ist also wieder den kundenservice angerufen der hatte zum glück auch wieder direkt lösung parat und zwar muss man in so einem fall dann das internet also sowohl wlan als auch mobile daten ausschalten und dann kann man sich über bluetooth mit dem auto wieder verbinden und das hat dann auch alles funktioniert die fahrt nach kopenhagen war dann auch ganz entspannt in kopenhagen habe ich dann auch direkt einen parkplatz vor unserer wohnung gefunden das war super dann habe ich erst versucht mich hinzulegen aber irgendwie ging es nicht und dann habe ich doch erst mal das auto ausgeräumt mich dann noch mal ein bisschen hingelegt aber ja so richtig langen unterholsam war der schlaf jetzt auch nicht wahrscheinlich weil es einfach ja mein körper nicht mittags schlafen möchte ja mein zimmer ist jetzt dementsprechend wieder relativ voll mit ganz viel kram das eine regal habe ich dann auch schon aufgebaut so viel zeit hatte ich dann auch nicht habe mich noch mal kurz mit meinen mitbewohnerinnen unterhalten und dann eigentlich auch schon wieder ins auto zurück gesetzt dann bin ich jetzt hier an den self check in gefahren und hatte einfach wieder genau das gleiche problem mit dem auto wie auch auf der hinfahrt nämlich dass nachdem ich ein paar minuten gestanden mich abgeschnallt hatte um an diesem automaten rumzutippen ich den motor plötzlich nicht mehr angekriegt habe aber im gegensatz zu rostock ist dieses mal dann die schranke wieder zugegangen ich habe dem mitarbeiter dann erklärt dass ja das auto so ein bisschen probleme macht und mich nicht mehr losfahren lassen dass mir das auch der hinfahrt passiert ist und er war super lieb und hat mir dann auch die schranke geöffnet und dann im vorbeifahren und dann war so zugewunken also richtig süß wie ich ja schon angekündigt hatte habe ich dann dieses mal auch hier so einen voucher bekommen über 50 euro cashback hier steht auch drauf dass ich mir das theoretisch in bar wieder auszahlen lassen kann zahlen kann ich damit auch weshalb ich am überlegen bin ob ich mir dann heute im bordrestaurant nennt man das bordrestaurant ob ich mir im restaurant heute das buffet gerne einmal als ich mit dem flixbus mit der fähre gefahren bin da habe ich auch das frühstücksbuffet gegessen eigentlich gar nicht so schlecht aber ich muss sagen mir hat jetzt auch das gereicht was ich auf der hinfahrt dieses mal gegessen habe und das hat halt einfach nur die hälfte gekostet aber jetzt werde ich erst mal noch die nächste stunde zeit irgendwie tot schlagen ich kann nicht weit ausziehen nicht ich kann nicht Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und mir ist jetzt beim Schneiden aufgefallen, dass ich gar nicht nochmal irgendwie ein Fazit oder sowas aufgenommen habe. Eigentlich wollte ich das dann machen, als ich wieder zurück in Berlin war, aber mir ging es erstmal so schlecht danach. Also körperlich, so als wäre ich irgendwie krank oder so. Corona-Test und alles wieder negativ und zwei Tage später ging es mir dann auch wieder gut. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass es einfach der Schlafmangel und die Anstrengung und all das waren, worauf dann mein Körper eben irgendwie reagiert hat. Und dann habe ich es einfach vergessen, nochmal was zu filmen, weil ich dann auch nochmal kurz in Darmstadt war, weil mein Bruder seinen 30. Geburtstag gefeiert hat. Dann bin ich wieder zurück nach Berlin, hatte aber auch nur noch zwei, drei Tage, um meine Wohnung final auszuräumen und die Übergabe und alles zu machen. Das war auch nochmal sehr emotional für mich, muss ich gestehen. Ja, ich habe auch nicht unbedingt wenig geweint. Was eigentlich erstaunlich war, da ich noch nie großartig traurig war, als ich irgendeine Stadt verlassen habe. Auf jeden Fall nochmal zurück zu der Malzfahrt. Vielleicht erinnert ihr euch auch, dass ich im letzten Video erzählt hatte, dass ich erstmal auch eine Rechnung für die Fahrt bekommen hatte, die ich ja eigentlich gar nicht angetreten bin. Und natürlich habe ich dann auch nochmal eine Rechnung für die Fahrt bekommen, die ich tatsächlich gemacht habe. Achso, für die, die es dann noch interessiert, also der Grundtarif für diese drei Tage inklusive 750 Kilometer waren ja 314 Euro. Ich bin am Ende 786 Kilometer gefahren, heißt da kam noch ein bisschen was für die Zusatzkilometer drauf und im Endeffekt hat mich das Ganze 333 Euro und 4 Cent gekostet. Plus das Ticket für die Fähre, aber weil ich da eben dieses Tagesticket hatte, war das jetzt auch nicht so teuer. Also alles in allem so 400 Euro, was ich komplett in Ordnung finde. Kommen wir zurück zu der Rechnung. Nämlich hatte ich ja dann quasi zwei Rechnungen und dann wurde mir ein paar Tage später auch das Geld für beide Rechnungen abgezogen. Ich natürlich wieder super gestresst, habe dann einfach im Konto, als ich das gesehen habe, auf die eine Summe, die zu viel war, geklickt und auf Lastschrift Rückgabe gedrückt. War dann auch direkt wieder auf meinem Konto drauf. Erstmal hat sich dann auch nichts irgendwie getan, weshalb ich dachte, okay, es erledigt. Eine Woche später oder so, habe ich dann eine Mail von Miles bekommen mit einer Zahlungsaufforderung, wo dann eben auch drin stand, dass mein Konto so lange gesperrt ist, bis ich diese Rechnung beglichen habe. Wollte dann den Kundenservice anrufen, da hieß es dann aber, wenn es um Rechnungen geht, soll man denen eine Mail schreiben. Also habe ich eine Mail geschrieben und nochmal die Situation erklärt. Eben, dass der Mitarbeiter vom Kundenservice zu mir meinte, er würde die Miete beenden und ich soll mir ein neues Auto suchen und dass ich deshalb nicht davon ausgegangen bin, für dieses Auto, das ich nicht genutzt habe, zahlen zu müssen. Dann hat es nochmal ein paar Tage gedauert. Ich habe zwar keine Antwort auf meine Mail bekommen, aber mein Konto war dann wieder freigeschaltet. Und das ist ja jetzt mittlerweile knapp einen Monat her, also würde ich sagen, ist die Sache damit durch und alles hat seine Richtigkeit. Aber bis dahin war es doch nochmal so ein bisschen, ja, nervenaufreibend. Und dementsprechend da auch nochmal ein Impuls an Miles, ja, irgendwie zu gucken, dass man nicht Geld für Fahrten abzieht, für die man es eigentlich nicht abziehen sollte. Kann natürlich auch sein, dass das einfach ein Versehen dieses Mal war und normalerweise kommt das auch nicht vor. Kann ich jetzt aus Erfahrung nicht sagen. Also letztendlich würde ich Miles nach wie vor nutzen, vielleicht eher für innerstädtische Fahrten oder auch kürzere Fahrten innerhalb Deutschlands. Für Langstrecken finde ich es so, wie es momentan ist, eher ein bisschen schwierig. Aber man hat eben auch einen sehr hilfreichen Kundenservice, sodass zumindest bei mir dann im Endeffekt alles gut gegangen ist. Aber wie ihr euch vielleicht denken könnt, würde ich es nicht empfehlen, innerhalb von 24 Stunden diese Strecke hin und zurück zu fahren, weil es ist einfach super anstrengend. Man hat zwischendrin auch mit Müdigkeit zu kämpfen, was auch nicht so ganz ungefährlich ist. Dann lieber, wenn es machbar ist, ein bisschen mehr bezahlen und an unterschiedlichen Tagen hin und zurück fahren. Oder zu zweit fahren, sodass man sich dann auch mal abwechseln kann oder so. Das war es auf jeden Fall mit diesem Vlog und da ich ja quasi aus der Zukunft zu euch spreche, weiß ich auch schon, was der nächste Vlog sein wird. Es wird nämlich ein Geburtstagsvlog werden von meinem Geburtstag, der Anfang September war. Und wie genau ich den gefeiert habe, lasst euch überraschen. Ja, ansonsten macht's gut! Bis zum nächsten Mal.